Guten Tag, liebe Mitmenschen, herzlich willkommen. Mittwoch, der 18. November, das ist der Weihetag der beiden römischen Basiliken San Paolo, Fuori Lemura und San Pietro in Vatikaner. Wenn Sie mal in Rom sind und gut zu Fuß und sich was zutrauen, dann machen Sie doch die sieben Kirchenwallfahrt, die der heilige Philipp Neri schon gemacht hat und empfohlen hat, das ist was ganz Tolles, braucht man einen guten halben Tag dafür, vielleicht am Sonntagmorgen um 6 Uhr losgehen bei Santa Maria Maggiore auf dem Esquilin und dann über mehrere Stationen, die ausgezeichnet sind, dann am Ende in die Flussniederung runterkommen nach St. Paul vor den Mauern und dann denkt man, man hätte es schon so ungefähr geschafft und dann kommt ein unmenschlich anstrengendes Stück am Schluss, was nach St. Peter führt und vielleicht kommen Sie ja da gerade auf den Petersplatz, wenn der Papst oben an seinem Balkon steht und den Engel des Herrn betet. St. Paul und St. Peter, am 29. Juni sind sie beieinander, diese so unterschiedlichen Männer am Anfang der Christenheit und bei der Weihe ihrer Kirchen sind sie es nochmal. St. Paul und St. Peter waren konstantinische Basiliken. Paul ist 1823 schrecklicherweise verbrannt und dann mit Hilfe der halben Welt, muss man sagen, auch zum Beispiel der Osmanische Sultan war dabei wieder aufgebaut worden und 1854 wieder eingeweiht. Und St. Peter, das wissen Sie auch, die altehrwürdige Basilika, dann in großer Geste abgeräumt in der Renaissance-Zeit und von Bramante und Michelangelo in die jetzige Form gebracht. Beides aber sind vor allem Kirchen und in der Kirche ist die Verehrung des lebendigen Gottes und das dreimal heilig das Wichtigste. Das steht im Mittelpunkt. Bahnlesung heute aus der Offenbarung. Ich Johannes sah, eine Tür war geöffnet am Himmel und die Stimme, die vorher zu mir gesprochen hatte und die wie eine Posaune klang, sagte, komm herauf und ich werde dir zeigen, was dann geschehen muss. Sogleich wurde ich vom Geist ergriffen und ich sah, ein Thron stand im Himmel. Auf dem Thron saß einer, der wie ein Jaspis und ein Karneol aussah. Und über dem Thron wölbte sich ein Regenbogen, der wie ein Smaragd aussah. Und rings um den Thron standen 24 Throne und auf den Thronen saßen 24 Älteste in weißen Gewändern und mit goldenen Kränzen auf ihrem Haupt. Von dem Thron gingen Blitze, Stimmen und Donner aus und sieben lodernde Fackeln brannten vor dem Thron. Das sind die sieben Geister Gottes. Und vor dem Thron war etwas wie ein gläsernes Meer, gleich Kristall. Und in der Mitte, rings um den Thron, waren vier Lebewesen voller Augen, vorn und hinten. Das erste Lebewesen glich einem Löwen, das zweite einem Stier, das dritte sah aus wie ein Mensch und das vierte glich einem fliegenden Adler. Und jedes der Lebewesen hatte sechs Flügel außen und innen voller Augen. Sie ruhen nicht bei Tag und Nacht und rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Gott, der Herrscher über die ganze Schöpfung. Er war und er ist und er kommt. Und wenn die Lebewesen dem, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt, Herrlichkeit und Ehre und Dank erweisen, dann werfen sich die 24 Ältesten vor dem, der auf dem Thron sitzt, nieder und beten ihn an, der in alle Ewigkeit lebt. Und sie legen ihre goldenen Kränze vor seinem Thron nieder und sprechen, würdig bist du, unser Herr und Gott, Herrlichkeit zu empfangen und Ehre und Macht. Denn du bist es, der die Welt erschaffen hat. Durch deinen Willen war sie und wurde sie erschaffen. Heilig, heilig, heilig. In das Trishagion der vier Lebewesen darf die Kirche mit einstimmen und auch wir hoffentlich dürfen es bald wieder singen. Gott segne und behüte sie alle. Gott segne und behüte sie alle.